Es ist einfach ein ganz simpler Versuch, gesellschaftliche Verhältnisse oder Missverhältnisse darzustellen. Es geht um Upper Class, Under Class. Wie ungerecht es verteilt ist, ist klar kann man das auch mit auf globale Zustände, globale Zusammenhänge weiter interpretieren. Und ich würde uns noch stellen, ob ich Frage, ob mal das über die Repräsentanz davon sei. Ich glaube, es ist die gerade auf Rage gekommen. Die sind eingeladen. Um Skulpturen zu sehen. Ja, indirekt. Im Moment läuft uns die Ausstellung, die wir gestern hatten Morgen, die beschäftigt sich mit der Stadt Mahl, unter anderem, es gibt auch noch Ausstellungszeiten, nach Mühlein. Und für die Ausstellung wird unter anderem ein Künstler eingeladen, der Martin Kaltwasser, der uns mal kommt, der hat eine Künstlerformation in der Bargolfs-Stadt. Ja. In der Bargolfs-Stadt Mahl hat dann Daten, die da rum, oder lädt er jetzt immer wieder Künstler ein. Die sich hier von drei Wochen lang in Mahl umsehen, erforschen es vielleicht zu viel gesagt, aber umgucken, wie diese Stadt Mahl so tickt, was hier passiert. wenn die Leute so sind, einfach beobachten, von außen einen Blick hier drauf lassen. Ja, so. Macht ihr eine Dokumentation dazu, oder? Da wird es im Anschluss was reden, ganz genau. Es ist aber auch ziemlich viel über das Internet verbreitet. Auf der entsprechenden Homepage der Künstler wird es bestätigt. Es ist zusammen, also es ist ein Gemeinschaftsprojekt mit den urbanen Künstlern. Aha. Danke.